Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge vom Einfach mal Kaffee Podcast. Ich bin der Horst und heute reden wir mal über eine Frage, die eher subtil gestellt wird und daher in meinen Augen auch keine echte FAQ-Folge ist, aber sie in die Richtung geht. In jedem Fall wird sie aber sehr häufig gestellt, gern aber eben, wie gesagt, durch sehr viele Blumen und ja, ich möchte das hier quasi deswegen einmal in gescheit abhandeln. Vor und weg sei aber auch noch gesagt, falls du es hörst, also ich stehe heute an einem wunderbaren Stellplatz hier direkt am Main-Donau-Kanal. Ich habe mir das gestern mal gegönnt, ein bisschen schöne Aussicht, auch einfach, weil heute schönes Wetter ist. Ich sitze jetzt auf jeden Fall hier gerade und gucke direkt auf den Main-Donau-Kanal am frühen Morgen. Die Sonne scheint, es ist wunderbar, aber es werden ein-, zweimal wahrscheinlich meine Nachbarn hier durch die Gegend fahren, das wirst du vielleicht hören. Auch es ist draußen warm, meine Kühlbox könnte anspringen. Das gehört dazu. Ich hoffe, es stört dich nicht, aber das hier ist einfach kein im Studio produzierter Podcast im Auftrag einer Firma, sondern ein echter Podcast von mir, für dich, von echten Menschen, für echte Menschen sozusagen, aus im echten Leben, aus meinem kleinen Van raus, zu dir, vielleicht an den Frühstückstisch oder wo auch immer du das hörst. Genau. Wie gesagt, ich hoffe, es stört dich nicht. Ja, ich hoffe, du kommst damit klar. Gut, aber darum soll es halt gar nicht gehen. Die Frage, um die es heute wirklich gehen soll, das ist die Frage, alle Blumen mal drumherum entfernt, Digi, was an Ausrüstung brauche ich denn wirklich? Also so ganz in echt. Ich will doch einfach nur einen Kaffee machen. Tja, my friend, hier kommt erstmal die geliebte Juristenantwort. Das kommt darauf an. Es kommt nämlich ganz schwer darauf an, wie viel Wert man oder Frau, also du in dem Fall, auf guten Kaffee legt und wie weit du da auch in die Feinheiten eintauchen willst. Die Überlegung ist nämlich vor allem erstmal, wie viel Aufwand ist mir oder dir denn aktuell ein guter Kaffee überhaupt wert? Also jetzt nicht monetär, sondern vom eigenen Aufwand her. Geht es dir einfach nur darum, morgens schnell eine braune Wachmachbrühe in den Schädel zu bekommen, bei der es eigentlich auch wurscht ist, wie sie schmeckt, Hauptsache sie knallt? Ja, sowas soll es auch geben. Ist auch völlig in Ordnung, aber dann reicht dir natürlich der vorgemalene Billigkaffee aus dem Discounter, den du in deine Filterkaffeemaschine kippst und dann vielleicht auch mit einem Dosierlöffel oder auch einfach nur Pi mal Daumen und fertig ist der Lack. Was er an, läuft. Kann man machen, ist auch völlig in Ordnung, aber ob man da jetzt Billigkaffee reinschütten muss. Das ist dann eher so die ethische Frage. Aber gut, da du diesen Podcast hier gerade hörst, gehe ich davon aus, dass du zumindest ein bisschen oder manchmal bereit bist, etwas mehr Aufwand zu investieren, beziehungsweise der Stellenwert von einer guten Tasse bei dir etwas höher ist. Also lege ich das bei meiner Antwort hier mal zugrunde. Dann kommt es natürlich darauf an, wie man den Kaffee macht und mag. Und da gibt es ja auch zigtausend, naja, vielleicht nicht ganz, aber wirklich, wirklich viele Wege, die dann eben auch wieder gewisse Anforderungen jeweils haben. Grundsätzlich kann man Kaffee ja aber auch, sobald er gemahlen ist, super einfach machen. Man braucht eigentlich nur eine Tasse Kaffee rein, heißes Wasser drauf kippen. Geht auch, schmeckt auch. Wenn man auf ein paar Sachen achtet und die Krümel zwischen den Zähnen muss man halt auch mögen. Aber gut, also auch das kann völlig in Ordnung sein. Das andere Ende der Equipment-Skala sind dann so Sachen wie Siphon-Brühen oder sich an einer Hightech-Espresso-Maschine mit Druckprofilen austoben oder Drip-Tower und so weiter. Es gibt für alles da draußen Ausrüstungsgegenstände und man kann auch alles, man kann unglaublich tief da eintauchen in das Ganze. Wie weit das dann für den eigenen Anwendungsbereich Sinn macht, das muss man halt einfach selber rausfinden. Damit das hier aber nicht total wirr wird, diese Folge, und machen wir einfach mal Butter bei die Fische, lass uns einfach mal auf eine Ebene einigen für heute. Wir machen heute, wir reden heute über einfach guten Kaffee, nix weltbewegendes, hochgestochenes, aber sauber und reproduzierbar. Was ich dir an Ausrüstung beschreibe, ist das, was man nach meiner Erfahrung über die allermeisten Zubereitungswege hinweg wirklich braucht, um auch langfristig gut aufgestellt zu sein in der eigenen Kaffeereise. Also, fangen wir an. Als allererstes braucht man natürlich guten Kaffee. Das ist aber, glaube ich, schon hinreichend erörtert, auch von mir. Warum, wieso, weshalb, wenn du das nicht weißt, dann stöber mal noch ein bisschen in meinen Folgen. Das kommt mehr als einmal vor. Genau. Deshalb gehe ich jetzt hier auch gar nicht mehr so tief drauf ein. Ich habe da mal so eine Fünf-Tipps-Folge gemacht und da ist das auch mit dabei. Aber gut. Was wirklich wichtig ist, ist eine Mühle. Eine gute Mühle. Und wenn du mich fragst nach dem Ausrüstungsgegenstand, der den größten positiven Einfluss auf deinen Kaffeegenuss hat, dann ist das die Mühle. Das ist einmal der Schritt von vorgemahlenem Kaffee zu frisch gemahlenem Kaffee. Der ist extrem groß. Das ist ungefähr so wie der Schritt von jeden Tag Fertiggerichte in sich reinstopfen zu täglich frisch gekocht oder von Tetra-Pack-Wein zu direkt vom Winzer oder von Erdbeeren im Februar im Supermarkt gekauft versus frisch vom Feld im Juni. Das ist ein riesiger Unterschied. Aber dabei ist eben Mühle auch nicht immer gleich Mühle. Das fängt bei der grundlegenden Verarbeitung an. Die kann man auch als Laie schon relativ leicht beurteilen in meinen Augen, geht aber sehr viel entscheidender dann noch im Malwerk weiter. Dabei musst du überlegen, das Malwerk kann den Kaffee klein quetschen oder klein schneiden. Und in der Folge mit dem Heiligen Gral und auch in der Steady-Bonus-Folge zur Gleichmäßigkeit habe ich da schon einiges zu erzählt. Wenn dir das jetzt noch nichts sagt, dann spring da mal rein. Ich verlinke dir die Folge mit dem Heiligen Gral und Steady findest du eben auf der Steady-Seite. Was wir wollen, ist, dass der Kaffee klein geschnitten wird. Und zwar sauber und gleichmäßig von scharfen Malzähnen. Das natürlich möglichst lang und genau in der Partikelgröße, die wir brauchen. Was meine ich jetzt damit? Naja, für einen Espresso brauchst du natürlich eine ganz andere Einstellung als für Filterkaffee. Und die Bandbreite da ist super groß. So eine Mühle eine für alles ist deswegen auch echt schwierig zu konstruieren und auch einfach genau deswegen wahnsinnig teuer. Also es gibt sie, aber naja, da muss man halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Liegt einfach zum Beispiel daran, dass wenn ich jetzt ein Espresso mal gerade leicht verstellen möchte, diese Schritte viel feiner sind, als das zum Beispiel beim Filterkaffee im gröberen Bereich der Fall ist. Und wenn ich das jetzt alles in einer Skala abbilden will, dann müssen diese Schritte nach unten hin kleiner werden. Aber trotzdem dann in sich konstant. Also gut, ja, es ist einfach schwer umzusetzen. Es gibt natürlich Einsteigermühlen, so für um die 50 Euro, die ihren Job machen. Es gibt auch Mühlen. Stopp, ich muss jetzt kurz hier einspringen. Es gibt auch Mühlen darunter, aber wer günstig kauft, kauft zweimal. Es gibt natürlich Einsteigerhandmühlen für um die 50 Euro, die ihren Job machen. Der Unterschied zum nächsten Level ist aber immens. Wir sind wieder hier Tetra Pakwein zur Winzerqualität, auch da. Und das meine ich sowohl im Ergebnis, also im Geschmack in der Tasse, aber auch einfach im Erlebnis. Also wie bedient sich das Ganze? Wie anstrengend ist es zu kurbeln? Und so weiter und so fort. Zu Mühlen an sich werde ich aber, glaube ich, einfach nochmal eine extra Folge machen. Du siehst, da kann man sich sehr tief drin vertiefen. Und es ist tatsächlich ein, in meinen Augen, unglaublich wichtiges Thema. Es ist im Endeffekt, ein Koch kümmert sich auch um seine Messer. Kein Koch kocht gerne mit stumpfen Billigmessern. Es hat seine Gründe. Genau. Das würde ich aber tatsächlich an der Stelle vielleicht vertagen. Auf die Folge mit den Mühlen, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Ich antworte dir dann natürlich. Aber an der Stelle, lass dir gesagt sein, eine Mühle mit einem guten Malwerk ist Gold wert. Und so Einsteigermühle um die 50 Euro. Tut ihr einen Job level drüber, sind wir so bei 150, 160 Euro. Da gibt es dann auch schon gute Sachen. Mühlen sind für mich persönlich die heimlichen Stars an der Kaffeebar. Und auch beim Filterkaffee übrigens. Und ja, mit diesen Mühlen steht und fällt so ziemlich alles. Gut, aber weiter im Text. Wir brauchen nach Kaffee und einer Mühle auch unbedingt noch eine Waage. Weil, ja, wir wiegen. Nein, nein, wir messen. Wir wollen doch reproduzierbar guten Kaffee machen. Und das eben nicht nur durch Zufall, oder? Okay, dann müssen wir auch gucken, dass wir diese ganzen Faktoren im Auge behalten. Auch beim Thema Variablenmessen kann man sich extrem tief hineinfuchsen. Wollen wir hier heute gar nicht machen. Daher das Thema in ganz kurz und knackig. Für reproduzierbar guten Kaffee willst du messen, wie viel Gramm Kaffee du mit wie viel Wasser übergießt. Und wie schnell das passiert und wie lange das Ganze zum Brühen braucht. Oder wie lange du das Ganze brühst. Das gilt übrigens, wie alles, was ich hier erzähle, auch bei Espresso-Maschinen, gell? Also solltest du eine Siebträgermaschine haben. Auch da heißt es wiegen. Die Teile sind sehr hübsche, also oft zumindest sehr teure Wasserkocher mit Druckfunktion. Aber selbst die ganz modernen machen unterm Strich nur das, was man ihnen sagt. Nur mal so am Rande. Kommen wir zurück zu den Waagen. Waage ist auch nicht gleich Waage. Du willst eine Waage, die eine ausreichend große Abstellfläche hat, damit du auch dein Brühgerät draufstellen kannst. Hier muss man übrigens einschränken. Für die Filterkaffee-Zubereitung eignen sich hier andere Größen sozusagen, als das für die Siebträgermaschine der Fall ist. Logischerweise, weil die natürlich an sich, man muss halt andere Sachen draufstellen. In den Funktionen brauchen sie aber die gleichen Dinge. Okay. Was sollte die Waage dann noch alles können? Die Waage sollte vor allen Dingen auf 0,1 Gramm genau wiegen. Und das eben auch in einem größeren Gewichtsspektrum. Sie sollte nicht beim kleinsten Tropfen Wasser gleich kaputt gehen. Und optimalerweise hat sie auch einen Timer eingebaut. Inzwischen gibt es dann noch unglaublich gute und intelligente, also in Anführungsstrichen intelligente Wagen. Aber das, was man da an Intelligenz wirklich braucht, das darf man dann für sich selbst entscheiden. Ob ich das jetzt mit einer App auf dem Handy verbinden möchte oder nicht, geht alles. Kann auch in gewissen Situationen nützlich sein. Aber an sich für uns, für unseren Zweck, den wir heute haben, ist eine Waage mit einem Timer, die relativ genau misst. So, zu guter Letzt brauchst du dann noch natürlich einen Zubereiter, der den Kaffee macht, den du auch willst. Bist du ein Espressotrinker und willst es auch bleiben, dann brauchst du eine Siebträgermaschine. Wenn trinkst du gerne Filterkaffee, dann gibt es eine ganze Welt an verschiedenen Zubereitungsmethoden, die jeweils gewisse Dinge besonders gut können. Was da dann zu dir passt, das braucht ein bisschen ausprobieren, aber das macht ja auch Spaß. So, das war an sich die absolute Grundausstattung. Man könnte jetzt noch eine als Kategorie B sozusagen oder super nützlich, weil macht vieles einfacher, noch über ein paar Dinge sprechen, wie zum Beispiel einen guten Wasserfilter. Zum Beispiel auch unter, kann man sich unter den Tisch montieren und so. Also, einen Wasserkocher mit Temperaturprogrammierung und einem Schwanenhals gleich drin, spart man sich auch ein, zwei Handgriffe. Generell, überhaupt ein Wasserkessel mit Schwanenhals ist schon eine Spitzensache. Das macht vieles einfacher, vieles genauer. Das bringt auch eine Menge und ein Thermometer dann in dem Fall noch dazu. Das hilft schon sehr. Diese Dinge machen das Brühen einfach deutlich solider, sage ich mal. Und auch auf Dauer einfacher, nehmen dir ein bisschen, so ein bisschen, gewisse Drücke weg sozusagen, sind jetzt aber nicht kriegsentscheidend, so wie die oben eben, oder wie die gerade aufgezählte Grundausstattung. Grundausstattung. Wenn du gerade auf der Suche bist nach der richtigen Ausrüstung, dann frag dich unbedingt vorher oder nimm dir kurz die Zeit und frag dich, ob du dieses ganze Thema Kaffee nur mal ausprobieren willst oder ob du wirklich Lust hast auf guten Kaffee und auf eine richtige Kaffee-Entdeckungsreise. Einfach, weil es ein unglaublich riesiges Angebot an Ausrüstung und Zubehör gibt. Und eben neben der Überlegung, was du wirklich brauchst, ist es auch immer eine Überlegung des Budgets, die wichtig ist sozusagen. Also man kann sich alles kaufen. Was man davon braucht, das findet man teilweise erst so über die Zeit raus. Genau. Wenn wir über das Budget sprechen, dann lasst ihr eine Erfahrung von mir mitgeben. Die allermeisten, die anfangen, meiner Erfahrung nach, fangen erstmal klein an und kaufen sich ganz oft auch eine Budgetausstattung, in Anführungsstrichen, um sich dann vier Wochen später die hochwertigen Dinge zu kaufen. Gerade in dieser Grundausstattung. Man kann immer noch zukaufen, aber gerade in der Grundausstattung. Ja, kaufen viele leider dann eben doppelt. Nichts gegen ein gutes und auch knappes Budget. Es gibt gute Dinge für den schmalen Euro. Da muss man dann halt nur wissen, welche das sind und an welchen Schrauben man wirklich auch sparen kann. An gewissen Schrauben sollte man aber in meinen Augen einfach nicht sparen, weil man dann am Ende doppelt kauft oder einfach das, wenn man das macht, um ein Erlebnis zu haben, um, weiß nicht, tiefer in den Kaffee auch einzutauchen, dann raubt einem da an gewissen Stellen das Ganze dann eben doch auch den Spaß. Natürlich ist da jeder Mensch anders. Und du kennst dich am allerbesten, daher darfst du dich da auch natürlich einfach selbst einschätzen. Was ich hier nur sagen will, nimm dir einfach diese fünf Minuten und stell dir die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass du dich länger mit dem Thema Kaffee beschäftigen willst. Das könnte dir am Ende in der Gesamtsumme viel Geld sparen. Übrigens, wenn du einen guten Rat brauchst bei sowas, was sich lohnt und was du wirklich brauchst vielleicht, schreib mir gern. Ich helfe dir da wirklich gern weiter. Oder du kannst auch mal in meinem Shop zum Beispiel vorbeischauen. Da gibt es so ein bisschen vorsortiert eine gute Ausrüstung zum Kaffee machen. Und im Blogartikel verlinke ich dir auch noch ein paar Sachen, die ich jetzt nützlich finde, die ich jetzt vielleicht nicht im Shop habe. Einfach so ein bisschen, dass du ein paar Empfehlungen meinerseits hast von guten, nützlichen Dingen. Das findest du dann alles auf einfachmalkaffee.com. Schau da einfach mal rein, wenn du auf der Suche bist. Vielleicht hilft es dir ja weiter. Mir hilft es auf jeden Fall, auch wenn du vielleicht über so einen Affiliate-Link gehst. Dadurch unterstützt du natürlich dieses ganze Projekt hier ein bisschen. Wäre mega cool. Würde ich mich natürlich super freuen. Gut, aber lass uns das hier mal zusammenfassen. In meinen Augen brauchst du für eine reproduzierbar gute Tasse Kaffee guten Kaffee, eine Mühle, eine Waage und eine Zubereitungsmethode, mit der du dich wohlfühlst. Eigentlich gar nicht so viel, oder? Ich glaube, das reicht für heute. Bleiben wir bei. Schreib mir gern, wenn du die Folge hier hilfreich fandest oder auch, wenn du noch eine Frage dazu hast. Genauso auch übrigens, wenn du einen Themenwunsch hast. Ich freue mich wirklich immer von dir zu hören. Und apropos hören, wenn du Lust hast, noch mehr von sowas hier zu hören, dann schau auch gern mal auf meiner Steady-Seite vorbei. Den Link gibt es in den Shownotes und auch im Blog-Artikel. Da sind immer alle Links dann auch drin, auch klickbar. Genau, das lohnt sich auch immer, da vorbeizuschauen. So, und jetzt lass dir aber deinen Kaffee schmecken. Mache ich jetzt auch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Shoppen, falls du das vorhast. Und sag bis zur nächsten Folge vom Einfach mal Kaffee Podcast. Bis zum nächsten Mal.